Norddeutscher Rundfunk 2021 Es ist ein sehr ausgeglichenes, homogenes Team. Wir verfolgen alle ähnliche Ziele. Sie verstehen so rund um das Spiel. Es ist als Mannschaft sehr gut. Wir haben vom Künstler bis zum Herd arbeitenden Kämpfer über einen Spassmacher und den Zorro-König als Häusermannschaft. Von daher sind wir wirklich auf allen Ebenen gerüstet. Das, was für uns zählt, ist nur noch der Meistertitel. Wir machen alles, um ihn auch noch zu holen. Wir streben mit aller Konsequenz den Meistertitel an und mit eurer Unterstützung holen wir ihn. Hopp-Könitz! Es ist sehr wichtig, um das letzte Spiel in der Super-Final zu spielen. Wir hatten eine gute Planung, eine gute Taktik und natürlich, die Swiss-Best-Koll-Kämpfer. Kommt und unterstützt uns auf Saturday. Wir spielen die Super-Final und wir brauchen all die Unterstützung wir können. Ich möchte zurück in Schweden mit einem Gold Medal.